Yes, genau. Ah, doch. Ich bin zufrieden, mir hat es vor allem gefallen, dass die musikalischen Darbietungen hier waren. So ein tolles Wetter und so eine tolle Truppe, ein großes Kompliment von mir. Auch auf der Vase, würde ich sagen. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, liebe Zuschauer, wir wollen natürlich noch einmal aufs Rätsel hinweisen. Also, die Frage lautet, das wievielte Cannstatter Volksfest feiern wir in diesem Jahr? Die Adresse, wo sie ihre Postkarte hinschicken, ist eingeblendet. Oder E-Mail, wir kommen zum Ende, schaut sich mal nochmal dieses Wahnsinns-Teil an. Das nehmen wir mit in die Redaktion als Erinnerung. So ein Schlag auf der Krug, übrigens hat es das letzte Mal von 430 Jahren gegeben, vom Oberbürgermeister, damals Manfred Rommel. So, wir kommen zum Ende, wir schossen miteinander an, wir haben es uns verdient. Liebe Zuschauer, auf einen schönen Vase, die Krüge hoch! Die Krüge hoch, zum Wohl!